Den musst du versuchen auszuweichen mit komischen kleinen Feiern. Ja. Oh, oh, oh. Ähm, tut mir leid, ich kann dir glaub ich grad nicht kurz an dich helfen. Wenn ich das Vieh töte, überlebe ich doch, oder? Ja. Ich muss jetzt noch eintreffen, noch eintreffen, oder? Ja. Ich hab dir grad ein bisschen Gold. Das Problem ist, dass die so gepanzert sind, dass du dir so ein bisschen bisschen gar nicht triffst. Wenn du keinen Schaden machst. Ja, voll in den Mund rein. Boah. In Ruhe. Ach, jetzt weiß man, wo die Ablo3, die dicker her hat. Immer in den Arsch, immer in den Arsch. Genau, wenn der auch nicht. Boah, geht doch. So. Geld. Geld. Sniper Money. Geld. Pistolen Money. Pistolen Money. Pistolen Money. Pistolen Money. Oh! Hey! Und die Clipper Pistole. Ähm, willst du die haben? Ich hab eine bessere eigentlich schon. Wobei, ich freue mich gerade. Da schiebt. Ja, es dreht Waffe, die... Okay, ja, brauchst du noch nicht. Rotflinte nehme. Waffenkiste! Nicht so viel. Billig Waffenkiste, aber Waffenkiste. Zwei Schrotflinten. Zwei Schrotflinten. Viel Spaß! Granaten, Pistolen Money. Geld, Geld, Geld. Noch mehr Geld. Ähm, da gibt's auch noch Waffenkisten. Hier hinten. Achso, eine. Pistolen Money. Geld. Noch mehr Geld. Äh, Waffenkiste. Waffe, nichts dagegen. Das ist großartig! Double Repeater. Äh, die SMG darfst du haben, wenn du möchtest. Irgendwie, vielleicht willst du die lieber Waffen nehmen oder was weiß ich. Ja, sonst können wir, glaube ich, erstmal nichts mehr einsammeln. Jetzt kommen wir wieder raus. Oder ist da oben noch was? Klo! Ich kann noch mal ein paar Klo machen. Danke. Jetzt falle ich hier runter, ey. Ich hab die Karte dummeweise die SMG-Money weggenommen. Ach, die Laufwege. Lauf, Forrest, lauuuuff! Juhuuu! Hüpf. Aber wir können auch erstmal Pause machen, wenn wir, also so sagen, für heute beenden. Wenn wir dann... Ja, ich würd sagen, wir geben die Mission auf. Jo. Du musst auf mich hören. Es ist unwichtig, wer ich bin. Ich muss auf dich hören. Für heute musst du wissen, es gibt die Kammer. Man wird versuchen, dich abzulenken, dich auszunutzen. Aber du darfst dich nicht von deinem Ziel abbringen lassen. Die Kammer ist hier und wir finden sie. Diese Welt ist voller Gefahren. Waffne dich und zieh los. Ich beobachte dich. Hey, ich wär auch Pistolen-Money. Ach, meinst du, ist das... Ach, SMG-Money. Ah, sorry. Mhm. Fail. Hier liegt noch einer. Oder bist du voll? Ja, ich bin voll. Okay. Ach, ja. Wie gesagt, Fail Hard, ehrlich. Brenn... Schade. Mach den Mund auf, mach den Mund auf. brennen das alles smg munition ja ich mein sniper nicht nachgeladen ich habe ich tolle ok wo mich das loskopf ach fuck nein ach wenigstens ist glaube ich cool und weg wenn der vogel zurückkommt und Nix angreift. Hallo? Genau. Skipp und vergeben. Und wer? Ein halbes Liter vor mir. Sag ja 1000 XP. Ich überlege gerade, ich habe keine Ahnung in was ich denen spezialisieren kann. Ich muss mal kurz gucken, was ich den Sniper spezialisieren kann. Schaden, Sniper-Rifle, Genauigkeit, Sniper-Rifle-Streuung, Wahrscheinlichkeit 2 Waffen nah, Pistolen, okay. Heute ist der Kreditor-Schaden. Ich steigere den Nahkampf-Schaden, Abklingzeit, erhöhe die Feuerwehr im Magazin, Pistolen. Daten-Schaden, Bewegungs-Geschwindigkeit. Besser die Nach-Lade-Geschwindigkeit. Besser die Nach-Lade-Geschwindigkeit. Boah, ich würde sagen, Blattwings-Schaden und Bewegungs-Geschwindigkeit erhöhe ich mal. Kupi hat die Reise initiiert. Ich wollte doch noch zu dir kommen. Nein. Du bist übrigens eins, der bis jetzt mein Video zu dem Aufwand und wo ich am Ende so schön Sterber geschaut hat. Ja. Das war echt interessant. Ich dachte mir so, das Video ist ja gleich zu Ende. Irgendwie der Titel, irgendwas muss ja jetzt passieren. Ich hatte ja mit allem möglichen gerechnet, mit irgendwie Invasion oder einer Gruppe gegnerischen Spieler. Und dann drückst du dich selber. Nicht spoilern! Das Video kommt doch eh erst, viel, viel später ist. Das ist schon lange draußen. Ja, aber wenn's keiner anguckt? Ja, dann... Musst du das schneiden. Ähm, wo? Oh, da dann. Ich kann doch nicht ein Let's Play oder ein Gameplay schneiden. Musst du einen Piepton reinmachen. Ach, muss ich erst mal einen Piepton raussuchen. Dann hast du geschicken. Ja, finde ich bestimmt auch irgendwo, aber man muss erst mal googeln. Das Video jetzt. 2 Prozent. Ja, nein. ah. Ja, du, 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 du. Ja, ich wurde Tausten aufartet 14Z. So... ne zu suisingueln. Ich würde sagen, hier machen wir dann erstmal... Stopp. Nein wir machen erstmal Stopp würde ich sagen. Und machen dann entweder der Abw capell organizieren einiges dort spoziger und quasi Hud Contin 1 nächsten mal weiter dann tschüss und bis bald